So, meine Lieben, wir sind immer noch auf der Suche nach einem neuen Standort für uns. Und ich habe mir überlegt, wir gehen mal hier in die Richtung, in diesen Kessel, der da ist. Der muss hier irgendwo da oben sein. Das ist der Wasserfall, wo das alles rauskommt, runterkommt. Wir müssen also einen Weg finden. Da ist, glaube ich, ein Gang, wie wir da hochkommen. Und vielleicht ist das der richtige Ort für eine Basis. Ah, das schaffe ich noch nicht vom Klettern her. Ansonsten müsste man sich hier im Wald irgendwo was bauen. Das ist alles sehr mit Bergkette umzogen. Ja, mal schauen. Mal schauen. Wir werden schon einen Platz finden. Warte, das ist mir hier einfach zu hüglich, um hier vernünftig bauen zu können. Hätte gern einen Ort, wo ich wirklich dann auch nicht immer wieder eine neue Basis bauen muss, sondern ein bisschen größer das Ganze machen kann. Aber ich schaffe es, glaube ich, nicht mit meiner Ausdauer da hochzuklettern. Das wird eher schwierig. So, wir laufen jetzt einmal hier rum. Hier könnte es vielleicht gelingen. Dass wir hier rüber reinkommen. Würde das vielleicht passen? Wenn wir hier drauf... Wir probieren es mal. Ich weiß nicht, wie gut meine Ausdauer ist. Es könnte sehr, sehr eng werden. Dann kommen wir da drauf und dann da weiter. Hier kurz ausruhen, hier oben. Zum Stehen kommen. Okay, wir kommen zum Stehen. Gerade so. So, und... Weiter hoch. Dann kommen wir da hin. Und dann könnten wir es schaffen. Ein bisschen ausruhen. Wir werden später sicherlich einen Weg da rausfinden. Ich hoffe, dass wir da ein einigermaßen gutes Gelände haben. Ah, passt. Passt, ne? So. Und... Bergkuppe erreicht. Okay, also. Wir kommen hier direkt in so ein Lager raus. So ein Außenposten. Wir haben Metalle hier vorne. Wo können wir denn jetzt... Ach, du dreckiges Vieh. Ah, nicht spucken, nicht spucken. Zum Glück bist du, glaube ich, nicht der Schnellste. Ah, die sind aber hier überall vertrieben. Aber ich glaube, hier kann man schon eher bauen, oder? Vorne ist eine Klippe. So, wo bauen wir denn? Okay. Kann man wieder was hinter uns herlaufen? Weil vom Platz her... Ja, hier, ne? Müssen wir halt nur mitleben, dass er hier immer wieder mal spawnt. Nein! Du spuckst mich jetzt nicht an. Du bist zwar groß und stark. Und bist, glaube ich, stärker als ich. Deswegen mache ich mich jetzt gerade mal hier vom Acker... Oh. Ganz schnell vom Acker sogar. Das war knapp. Gehen wir hier oben drauf. Vielleicht sehen wir dann ja, ob es noch irgendwo einen anderen, besseren auch gibt. Das kommt ja schon wieder. Ne, 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 ne. Nicht so, mein Freund. Nicht so, mein Freund. So. Ich muss erst mal heilen. Ich glaube, hier kommt er nicht runter. Ich finde es gerade schwierig, hier einen Bauplatz zu finden. Weil das alles nicht so gerade ist, wie ich mir das vorstelle. Wir könnten hier irgendwo natürlich... Ich sehe schon kommen, dass wir jetzt die nächsten Folgen erst mal uns einen Platz suchen müssen. Und dann weiterschauen müssen, was wir machen. Oh, da bleiben wir erst mal hier. Aber hier sind diese bösen, bösen, bösen Viecher überall. Die einen nerven. Ah, hier sind einige von denen. Okay, das wäre also jetzt noch nicht gut, wenn wir hier bleiben würden. Ich glaube, das würde Probleme verursachen. So, wir laufen mal ganz elegant hier am Rand lang. Weiß nicht, wo die herkommen. Hm. Also, das ist nicht der ideale Standort, ne? Nicht wirklich. Also, ich sehe auch so schlecht. Man sieht, es ist relativ gerade hier und da. Hier ist dieser komische Wald. Hier ist ein bisschen Wüste. Hier scheint die geradeste Fläche eigentlich zu sein, ne? Aber da ist kein Wasser. Wir sollten doch am besten irgendwo bauen, wo Wasser ist. Hier ist es sehr hügelig. Oder bauen wir doch im Wald rein? Guckt mal, hier ist so eine Art Fahrt anscheinend. Zumindest teilweise. Ne, kommt es auch wieder nicht runter. Okay. Wir müssen in der Nähe vom Wasser bauen. Das bringt uns überhaupt nichts. Oder wir nehmen uns wirklich hier irgendwo am Fluss. Da ist dieses Becken. Was ist denn, wenn wir hier bauen? Das glaube ich hier mitten durch den Wald. Totaler Unsinn, was ich hier mache. Weil, hier könnte gefährlich sein. Da hinten ist ein Luchs. Ich muss ja ein bisschen Ausdauer gucken. Da ist ein Luchs gewesen. Hier werden zwar Krokus sein, aber mit denen komme ich schon irgendwie klar. Es ist alles nicht so flach, wie ich das möchte. Ich muss bald was trinken. Ja. Dann trinkt das Flusswasser erstmal. Ist mir egal. Müssen wir was essen, müssen wir auch. Okay. Haben wir hiermit erledigt. Okay. Das ist der einzige Standort im Moment, wo wir sagen könnten, der könnte was sein, oder? Dings war jetzt ein Stückchen runter. Da scheint es hier auch ein bisschen flach zu sein. Das gehen wir uns nochmal anschauen. Und da müssen wir irgendwann... Oh. Oh. Ein Babybär. Das ist der Standort hier, ne? Hallo, Blätter. Wir haben Eisen vor der Haustür. Wir haben Steine. Wir haben eigentlich einen ganz netten Blick. Reicht für die erste kleine Hütte. Für die erste kleine Erkundungshütte wird es reichen. Kommt, wir bauen jetzt hier. Möchte nicht andauernd... Ich habe keinen Zwirn mehr. Hier habe ich keine Pflanzenfaser mehr. Ne. Möchte nicht andauernd jetzt hier 20.000 Mal rumrennen. So, wir brauchen jetzt einen sicheren Standort erstmal. Den wir uns dann jetzt hier erzeugen werden. So. Und... Bauobjekt. Ach, wir müssen ja noch... Wir müssen nicht so ein scheiß Bauhammer machen. Wo ist der Bauhammer? Konstruktionshammer. Für Fetums auch Zwirn. Ja, dann lassen wir uns mal sammeln. Dann werden wir im Wald erstmal die Hütte machen. Hier einigermaßen... Das Bärenbaby irritiert mich. Vielleicht sogar zu Recht. Was war's, was mich angegriffen hat? Ach, das ist ein Luchs gewesen. Okay. Der Luchs ist mir jetzt gerade mal... So was für ein Schnuppe. So was für ein Schnuppe. Öh, wir werden... Ne, wir werden jetzt hier bauen. Komm. Hier waren am wenigsten Tiere. Hier war es am ehesten machbar. Und wir haben... Eine Rolle in der Nähe liegen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal den Konstruktionshammer. Können ja auch hier reinbauen. Ne, das ist... Das ist ja auch möglich. Wir sagen, wir bauen etwas da rein. Müssen doch zwei, drei Läger bauen anscheinend. Hilft nix. So, wir brauchen jetzt unbedingt... Den Konstruktionshammer. Den machen wir jetzt mal. Wir haben noch ein paar Käferchen zum Essen. Weil Nahrung ist im Moment ein bisschen schwierig. Die Arbeitsbiene, die essen wir auch. Wenn man das essen kann, das weiß ich nicht. Anscheinend nicht. Den Trinkschlauch, den lege ich schon mal hier drauf. Den brauche ich da immer. Außer ein Fleisch. Das lassen wir mal. Das muss erst nochmal ordentlich... geköchelt werden. So, hat der jetzt den Hammer gemacht? Oder hat der jetzt abgebrochen? Weil es die Zwirne gemacht hat. Weil ich am Sortieren war sehr wahrscheinlich. So, machen wir erstmal den Hammer. Machen wir hier so eine Art Steg rein. Dann bauen wir in den Fluss. Ja. Wir bauen erstmal in den Fluss. Hä? Wenn ich rausgehe, bricht er ab. Das ist aber... Ne, bricht er nicht. Wo ist denn der Hammer? Da ist der Hammer. So. Der kommt auf die sieben. Ähm. Okay, wie war das jetzt? Gebäudeteile kopieren. Ne, wir wollen nichts kopieren. Bauinventar mit F. Muss ich jetzt auch wieder gucken. Steinfundament. Jetzt sagen wir mal jetzt erstmal so. Hier, ne? So, was fehlt uns jetzt wieder? Bestimmt einiges. Okay. Ähm. Ja. Dann machen wir mal folgendes. Wir werden jetzt erstmal mal eine Kiste machen. Bauobjekte. Wo haben wir die Kiste? Den Kistenmacher habe ich doch. Oder ist der auch hier bei Standgut? Strandgut? Standgut, Strandgut. Okay. Ähm. Sandstein. Werkstätte. Dekoration. Lager. Für die Kiste brauchen wir nur ein bisschen was, ne? So, man muss ja mal wieder Steuerung zurechtkommen. Wir brauchen Holz und Zwirn. Okay. Dann lasst uns Holz und Zwirn holen. Also zehn Bäume fällen, laut Battle Pass. Ja, gut. Das, äh, muss ich jetzt sowieso. Aber ich brauche ja das ganze Zeug erstmal. Am besten hätte ich die Sichtel gemacht, oder? So, den können wir hier noch abernten. Der ist schon abgeerntet. Dann lasst uns Holz und... Wir werden jetzt erstmal bauen. Wir werden erst einmal... ...ein wenig bauen. ...ääh, auf die sieben und auf das F. Und was fehlt uns noch ein bisschen Zwirn. Davon können wir jetzt erstmal so viel machen, wie es geht. Werden wir auch brauchen. Dass wir wenigstens schon mal eine Kiste haben. So, wie sieht das, ist das auch hier? Echter Indigo. Pflanzenfaser kann ich auch am besten im Wasser holen. Nicht doof, ne? Hier ist auch Pflanzenfaser. Hier ist auch Pflanzenfaser. Auf jeden Fall eine verdammt tiefe Stelle, wo ich hier bin, oder? Ranken. Pflanzenfasern. Pflanzenfasern, Ranken. Mal wieder auftauchen. Weiß nicht, ob das reicht an Pflanzenfasern. Ja, müsste reichen. Dann kriegen wir schon mal die Kiste dahin gesetzt. Und das Lagerfeuer. Wie gesagt, Wasser haben wir hier genug. Das ist dann nicht das Problem. Ein Bauhammer. Einmal eine Kiste. Ich setze jetzt hier auf die Seite erstmal. Achso, ich muss ja mit sieben raus, ne? Ah, yeah. Okay. So, heißt... Wir können hier schon mal ein bisschen was einsortieren. Was ich jetzt gerade nicht unbedingt brauchen. Das sind die Tierhäute zum Beispiel. Das sind Fehlern. Die brauche ich im Moment nicht. Schwefel steht da vorne. Den werden wir jetzt gleich setzen. Den werden wir gleich setzen. Die Ranken setzen wir erstmal dahin. Das werden wir auffüllen. Auf 10. Jetzt setzen wir den da rein. So. Fleischstücke werden wir jetzt gleich machen. Und das Faserbett werden wir setzen. Das kommt jetzt, dass wir ein richtiges Bett haben, hier hin. Und unsere Kochstelle kommt dahin. So. Sehr schön. So. Wir haben Holz als Brennstoff. Jawohl. Müsst ihr doch eigentlich annehmen, ne? Und Wildfleisch. War das so? Und dann einfach zack. Ja. So. Dann machen wir wenigstens ein bisschen Fleisch. Und den Wasserschlag da wieder hinsetzen. Das ist sehr romantisch hier. Okay, wir werden einiges noch machen müssen. Wir werden auf jeden Fall viel Stein brauchen, viel Holz noch brauchen. Pflanzenfasern. 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 Stein wäre nicht schlecht jetzt, wenn wir hier irgendwo Steine hätten. Ah, hier ist ein bisschen Eisen. Wie gesagt, Eisen nehmen wir auf jeden Fall immer mit. Immer. Habe ich eigentlich noch Punkte zu vergeben garantiert. Oh, zwei Punkte noch. Also. Einmal ihn hier. Und Vitalität. Heilungseffekt bei Gesundheit von 50% sinkt. Ja. Gehen wir da drauf. Wissen. Leibeigner. Weiß ich nicht, aber der Rüstungsmacher definitiv. Wir haben noch 14 verfügbar. Okay. Okay. Wie sieht's beim Bauen aus? Da ist noch nichts. Dekoration. Kerzen. Kohle fangen. Eisenwerkzeug. Jawohl. Und die Schmiede definitiv. Den Gerber. Wir haben noch sieben Punkte zu vergeben. Dann können wir das Eisenbreitschwert nehmen. Religion und so weiter, das sparen wir uns mal auf, ne? Okay, hier sind Steine. Wir müssen hier wenigstens Stein schon mal holen. Holz wächst ja glaube ich auch nach, oder? Ich meine schon. Wenn nicht, dann sehe ich es ja. Die Plattform ein bisschen größer machen könnte da unten. So. Können uns auch ein bisschen heilen noch. Weil wir haben ja 220 Hitpoints. Habe ich momentan noch ein paar Käfer, die ich mal ganz kurz schnabulieren kann. Solange ich noch nichts aus dem Herd geholt habe. Ja. So. Wunderbar. Ja. Endlich wieder Kohlen. Endlich wieder Kohlen spielen. So. Da ist auch noch Eisen. Können wir gleich auch Eisen machen, wenn wir alles haben. Die Plattform ein bisschen ausgebaut haben. Macht das auch Sinn. Jetzt muss direkt ein Eisenschwert machen. Den Rest können wir immer so pöpöpö machen. Aber Eisenschwert. Definitiv. Lasst uns nochmal schnell die Bäume fällen. So. Sechs Stück brauchen wir noch. Bäume ernten. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Aber das passt ja wunderbar zum Spielanfang, dass wir Bäume ernten. Holz brauchen wir sowieso. Und geht ja auch relativ flott. Von da aus gar kein Thema. So. Hier waren noch Bäume. Wird auch langsam wieder hell. So. Und noch einen. Dann haben wir auch das gemacht. War das schon mal erledigt. So. Jawoll. Ist komplett. Weiß nicht, ob das einen Boost gibt oder irgendwas. Weiß nicht, ob ich schnell genug bin. Nein. Bin ich noch nicht. Okay. So. Dann nehmen wir die Fasern mit. Aber schön, dass wir da unten Schwefel haben. Das erleichtert eventuell einiges. Brauche ich jetzt mein... Da ist mein Hammer. So. Lasst erstmal gucken. Wie sieht's mit dem Essen aus? Wir sollten mal eine Kleinigkeit essen vielleicht. So. Eine setzige Mahlzeit zu sehen eben. Ja. Das haben wir gemacht. Können aber noch... Da haben wir die Anzeige. Ein Schluck. Hier von neben. Ein Stückchen. So. Bei 100%. Sehr schön. So. Dann würde ich sagen, wir bauen erstmal das Plateau weiter. Ähm. Gerbertisch könnten wir machen. Rezeptofen. Da fehlen uns 500 Steine für. Ah, ja, 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 ja. Ja. Da war was am Anfang, ne? Jemand mit den Steinen und so. Ich komme hier nicht so weit rein, wie ich möchte. Levelaufstieg. Dann werden wir es so machen. Könnten natürlich hier... Ah, komm, geht. Ich frage auch mal nur das Doppelte. Äh. Steine fehlen. Ja. Die werden wir uns holen müssen. So. Die waren... Waren die hier oben auf dem Plateau irgendwo, ne? Ja. Die waren irgendwo hier oben auf dem Plateau. Gehen wir noch ein bisschen... Ach, hier am Rand immer, ne? Gehen wir noch ein bisschen Steine kloppen. Und dann werden wir in der nächsten Folge schon mal eine kleine, kleine, kleine Hütte bauen. Damit wir die Schmiede da rein kriegen und einen Werkzeugtisch und so weiter und so fort. Und ähm... Ich hoffe, dass wir dann gut zurecht kommen. In dieser neuen Welt für mich. Könnte interessant werden. Aber ich würde sagen,ид... Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal. Grüezi.